Hey Leute, willkommen zu einem neuen Black Ops 3 Video. Wir machen heute noch mal ein paar Vorratslieferungen auf. 40 Kryptos habe ich, das heißt 4 Packs. Wir machen wieder die normalen auf. Und wir fangen einfach gleich mal an. Vielleicht habe ich diesmal ein bisschen mehr Glück. In der ersten Folge war es ja... Yes, okay. Yes, okay. Okay. Diesmal fängt es so ein bisschen besser an. Okay, für wen ist das für Reaper? Den habe ich gerade noch gar nicht freigeschalten, weil ich Prestige bin. Aber es sieht sehr schick aus, das Teil. Und eine geile Tarnung für die Kuda. Die Kuda, episch. Die schauen wir uns auch gleich an. Habe ich die Kuda schon freigeschalten? Das ist die Frage. Ja, ist eine der ersten Waffen. Schauen wir mal. Schwarzmarkt. Oh, und sie bewegt sich. Sie ist animiert. Sieht man das im Video? Ich hoffe. Okay, sehr, sehr nice. Das freut mich jetzt wirklich. Sieht so aus, als wäre da ein bisschen Wasser unterm Eis. Das sieht sehr, sehr geil aus. Perfekt. Finde ich gut, dass ich jetzt mal ein bisschen mehr Glück habe. Und wir schauen gleich in die nächste. Na gut. Holz und Halluzination habe ich beides, glaube ich, letztes Mal auch schon bekommen. Und Holz kriegen wir irgendwie hinterhergeworfen. Ich glaube, die müssen wir uns fast mal auf einer Tarnung anschauen. Äh, auf einer Waffe anschauen. Und die Visitenkarte ist jetzt nicht ganz so geil. Äh, ich bin mir leider nicht mehr ganz sicher, auf welcher oder für welche Waffe ich denn Holz noch bekommen hatte. Hier war sie nicht mit dabei. Das war, glaube ich, ein Sturmgewehr. Man-o-War vielleicht sogar. Okay, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr ganz genau. Vielleicht habe ich die Waffe auch noch nicht freigeschalten. Dann hatte ich sie noch auf einem Raketenwerfer. Vielleicht sogar auf dem. Ähm, dann könnten wir hier die ganze Tarnung mal anschauen. Ne, da hatten wir diese Werde-Tarnung. Black Cell dann vielleicht. Schalten wir das Ding mal frei. Ähm, ne. Okay. Jetzt habe ich gerade das Ding freigeschalten, ohne dass es uns was bringt. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, welche Waffe das war. Äh, da habe ich schon Holz bekommen. Und ich glaube, ich habe mir die Holz-Tarnung noch gar nicht auf einer Waffe angeschaut. Das muss ich dann später mal nachholen. Äh, da muss ich noch rausfinden, für was das jetzt eigentlich war. Und wir machen eine weitere Kiste auf. Und, und, und. Ah, Holz schon wieder. Was ist das denn? Okay, naja. Ein Messer, das ist schon mal ganz geil. Endlich eine Messertarnung. Leider normal. Und fällt. Müssten wir uns auch fast einfach mal anschauen auf einer Waffe. War das für die? Shotgun. Schwarzmarkt. Äh, es ist die Tarnung, Tarnung. Dann war es eine andere Shotgun. Müsste ja fast die hier gewesen sein. Ja, ich glaube, die war es auch. Ja, gut. Naja, gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Und ich glaube, die, äh, das Messer kann ich noch gar nicht, äh, ausrüsten. Leider kann man dann, glaube ich, auch nicht anschauen, wie es aussieht, das Ding. Oder man macht es im, im Dings-Modus. Ähm, der Waffenschmiede. Jetzt bin ich zu weit raus. Ja, hier glaube ich, kann man das Ding, ähm, benutzen. Wenn wir einfach mal irgendeinen Namen aus, ähm, stätigen den. Tarnung. Ähm, fällt. Sieht hier auch nicht so viel besser aus, okay. Da habe ich schon bessere Tarnungen gesehen fürs Messer. Sehr schade. Dann, äh, würde ich sagen, springen wir wieder in den Schwarzmarkt. Ups, falsch. Letzte Kiste. Schauen wir, was diesmal drin ist. Bitte nochmal irgendwas Seltenes. Ah, schon wieder die. Okay, brauche ich nicht unbedingt. Okay. Werde kriegt man irgendwie nachgeworfen. Werde und Halluzination. So oft hatte ich die Dinger jetzt schon. Äh, ich bin trotzdem froh, muss ich sagen. Hat sich gelohnt. Ich habe diese geile Kuda-Tarnung. Da bin ich wirklich zufrieden. Endlich was Animiertes. Da habe ich ja drauf gehofft, dass ich da endlich was bekomme. Und das sieht schon schick aus, das Ding. Muss man ganz klar sagen. Warte mal, vielleicht kann man sich die noch ein bisschen größer anschauen. Ähm, wenn man hier so eine Variation damit anfängt. Machen wir da irgendeinen Namen einfach, damit wir hier reinkommen. Ähm, Tarnung. Schwarzmarkt. Gut, kann man glaube ich nicht viel größer sehen. Ich glaube, es ist einfach nur in die Mitte gerückt. Trotzdem, gefällt mir sehr gut. Damit werde ich auf jeden Fall jetzt dann ein paar Runden spielen. Und das war es dann ansonsten mit diesem kleinen Pack-Opening. Viel mehr Packs kann ich leider nicht aufmachen. Beziehungsweise ich habe leider keine mehr Kryptos. Ich habe leider nicht mehr Kryptos. Die sind ja doch ein bisschen selten, muss man auf jeden Fall sagen. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut.